BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt, herzlich willkommen. Figuren wie die Tigerente oder Günther Kastenfrosch sind wohl den meisten Menschen hierzulande ein Begriff. Doch das Werk des Künstlers Janosch, dem Schöpfer beider Figuren, geht weit darüber hinaus. Dem Leben und Werk des Künstlers widmet sich jetzt eine Ausstellung in der Balinger Stadthalle. Wir haben uns bereits vor der Vernissage am Freitagabend dort einmal umgeschaut. Natürlich darf die Tigerente in der Balinger Janosch-Ausstellung nicht fehlen. Doch Janosch ist weit mehr als ein Kinderbuchautor. Manch einer mag noch Herrn Wondrack kennen. Der Mann mit der getigerten Latzhose aus der Kolumne im Zeitmagazin. 2013 bis 2019 war sie erschienen. Sie gehört damit zu seinen jüngsten Werken. Dass Janosch aber auch Landschaftsbilder malte oder kirchenkritische Werke fabrizierte, das wissen nur wenige. Die Balinger Ausstellung umfasst alle Facetten des vielseitigen Künstlers. Also wir starten hier in der Ausstellung mit Lebenslinien. Wir sehen hier eine ganze Lebenslinie. Das sind Fotografien. Und da angeln wir uns ein bisschen am Zeitstrahl von der Geburt in seiner Heimatstadt Sarpsche in Polen, im damaligen Hindenburg, bis zu seiner Akademiezeit in München. Und dann schließlich seiner neuen Heimat Teneriffa, in der er bis heute lebt. So ist in der Stadthalle Balingen auch das Atelier zu besichtigen, in dem Janosch auf Teneriffa seine Werke schuf. Der Künstler hatte die Einrichtung seiner Wirkungsstätte dem Tübinger Kunstverlag Art 28 überlassen, der auch die Ausstellung zusammengestellt hat. Wie die Zusammenarbeit zwischen Künstler und Verlag zustande kam, das, so Bernhard Veil, sei eine ganz kuriose Geschichte. Janosch hat uns gefunden. Also er ist mit seinem alten Verleger zu uns, damals waren wir noch in Stuttgart und noch in Tübingen im Verlag ansässig, zum Kaffee und Kuchen vorbeigekommen. Und dabei hat sich herauskristallisiert, dass er einen neuen Verlag suchte, der für seine Feinart, also für seine Kunstwerke weltweit tätig werden sollte. Wir hatten das bis zu diesem Zeitpunkt nur exklusiv für James Rizzi gemacht und haben natürlich sofort Ja gesagt. Mehr als 600 Werke aus allen Perioden von Janoschs Schaffen sind in der Ausstellung zu sehen. Hinzu kommen 200 Objekte, vom Backstein seines Geburtshauses bis hin zu einer Auszeichnung, die ihm die Republik Panama verliehen hat. Und vor seiner Finca auf Teneriffa grüßt der Meister selbst den Betrachter. Es ist viel Aufwand und Vorbereitungszeit in die Ausstellung geflossen. Gut, die Art 28, wir sind Ausstellungsmacher. Das heißt, große Ausstellungsprojekte sind für uns nie Routine, sondern es ist immer eine neue Herausforderung. Die Stadthalle hier in Baling, die kannten wir schon durch die große Rizzi-Retrospektive, die wir hier hatten. Und es ist circa ein Jahr Vorbereitung da gewesen, bis wir uns über den Parcours geeinigt haben. Wir müssten ja auch die Sachen wie Brandschutz, Fluchtwege, das muss ja alles irgendwie berücksichtigt werden. Die Ausstellung Janosch, Leben und Werk ist noch bis zum 6. Oktober in der Stadthalle Balingen zu sehen. Das Land Baden-Württemberg fördert im Rahmen des Förderaufrufs Integration vor Ort, Stärkung kommunaler Strukturen, insgesamt 36 Integrationsprojekte. Rund 1,8 Millionen Euro stehen dafür bereit. Man wolle Integrations- und Teilhabehürden weiter abbauen und das Zusammenleben und den Zusammenhalt in einer vielfältigen Gesellschaft für Jung und Alt stärken, sagt der Sozial- und Integrationsminister Manel Lucha. Gefördert werden dieses Jahr erneut der Aufbau von Strukturen für ehrenamtliche Behördenlotsen sowie Maßnahmen zur kultursensiblen Gestaltung bestehender Angebote. Etwa vier Wochen ist es her, dass das Fontänenfeld im Rottenburger Freizeitpark im Schenzle eingeweiht wurde. Kurz darauf hatten mehrere Kinder über Brechdurchfall geklagt. Verantwortlich waren Keime im Wasser der Fontänen gewesen. Eine Meldung, die offenbar dazu geführt hat, dass diese Anlagen auch anderorts in Verruf geraten sind. Laut einem SWR-Bericht sei ein ähnliches Wasserspiel in Neustetten-Remmingsheim im Landkreis Tübingen in diesem Sommer noch gar nicht gelaufen. In Rottenburg sollen eine Chlorreinigung und ein Sandfilter in Zukunft für sauberes Wasser sorgen. Ende August soll das Fontänenfeld wieder öffnen. Und soweit die BW1-Nachrichten für heute. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.